Gerechtigkeit, äh, Internationalität, solche Sachen. Und wir haben im letzten Jahr, werden wir dieses Jahr wieder unser Fest etwas bereicher mit ihrem Auftritt. Diesmal sind es drei Junge. Letztes Jahr war ja niemand alleine, hat es aber trotzdem super gemeistert. Und im letzten Jahr haben wir sogar Glück, wir haben gleich drei von denen dort. Bei uns hier auf der Bühne. Zwei. Philipp. Ah, da hat jemand in den letzten Minuten gekniffen. Okay, kein Problem. Zwei ist immer noch besser als keiner. Und deswegen freuen wir uns, dass die heute bei uns auf der Bühne sind. Ich würde sagen, einen riesen Applaus für die Jungs von Projekt Gegenstrom. Tschü. Tschü, tschü, tschü. Tschü. Wo, 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 two, two, three, four. Yeah. Wo ist die Hustadt? Yeah. Boom. 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 Ladies and gentlemen, what's up? Wir machen gerade Soundcheck. Erstmal die Gitarre reinlaufen kriegen hier. Ohne Feedback. Tschü, tschü. Wo, 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 one, two, two, three. Fuh, 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 fuh.